Wenn ihr aus dem heutigen Treffen das folgende Prinzip für euch mitnehmt, dann wird sich euer Leben schlagartig verändern. Ihr müsst folgende Sache verstehen, was ist Eigendünkel bzw. Einbildung und was ist Vernünftigkeit bzw. gesunder Menschenverstand. Wenn ihr den Unterschied zwischen diesen beiden Sachen lernt, wird sich euer Leben umgehend verändern. Das ist sozusagen der Grundstein, auf dem alles andere aufbaut. Denn ohne Vernünftigkeit kann es keine Evolution geben. Lasst uns zuerst einmal herausfinden, was Eigendünkel ist. Woraus setzt sich der Eigendünkel zusammen? Wir haben eine bestimmte Information, irgendwann vielleicht im Kindergarten, in der Schule, an der Universität, aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung bekommen, vielleicht von Freunden oder Bekannten und aus diesem Informationsstrom bildet sich beim Menschen eine bestimmte Meinung über die eine oder andere Frage. Und weil wir alle unterschiedliche Informationsquellen im Laufe unseres Lebens hatten, wir haben andere Bücher gelesen als unsere Mitmenschen, wir sind auf unterschiedliche Schulen gegangen, wir haben ganz andere Menschen getroffen, so hat sich bei uns eine Meinung gebildet und bei einem anderen Menschen eine andere Meinung. Und jeder versucht, seinen eigenen Standpunkt zu vertreten und zu verteidigen. Das nennt man in der heutigen Gesellschaft Meinungsvielfalt. Und es wird uns ständig gesagt, dass Meinungsvielfalt etwas Wundervolles ist. Das versucht man uns doch immer einzutrichtern. Wohin kann uns das führen? Können wir denn Erkenntnis über die Wahrhaftigkeit erlangen, wenn wir ständig nur unseren eigenen Standpunkt vertreten? In den Veden steht geschrieben, dass wenn ein Mensch bei seiner Orientierung im Leben nur Eigendünkel benutzt in Hinsicht darauf, wie er richtig leben, wie er richtig handeln muss, dann wird er niemals Erkenntnis über die Wahrhaftigkeit erlangen. Zumal, wenn man bedenkt, dass alle Informationsquellen, die ich aufgezählt habe, regelmäßig starker Zensur unterworfen waren. Aus keiner der offiziellen Informationsquellen werden wir jemals die Wahrheit erfahren. Muss ich euch das erklären oder wisst ihr das alles selber? Weder in den Schulen noch in den Universitäten hat man uns jemals die Wahrheit gesagt. Wie kann man sich also auf diese Informationsquellen stützen? Kann ein Mensch in so einem Fall zur Wahrhaftigkeit gelangen? Ist das möglich? Nein, das ist nicht möglich. Nehmen wir an, dass derjenige, der in diesem Zensurapparat die Führungsrolle inne hatte, über die richtige Information verfügte, so kann laut den Veden auch er nicht zur Wahrhaftigkeit gelangen. Warum? Wir haben bereits darüber gesprochen, weil der Mensch in erster Linie seinen Geist, seinen Verstand und seinen Intellekt benutzt, um sich in dieser Welt zu orientieren. Der Geist bekommt die Information von den fünf Sinnesorganen, der Verstand analysiert diese Information und das Intellekt ist die Ansammlung gemachter Schlussfolgerungen im Leben eines Menschen. Der Geist, der Verstand und das Intellekt hängen also von diesen fünf Sinnen ab und wir wissen, dass sie primitiv sind. Wenn wir uns auf diese fünf Sinnesorgane beschränken, dann werden wir niemals zur Wahrhaftigkeit gelangen. Ist das verständlich? In den Veden steht geschrieben, dass der Geist eines Menschen sein bester Freund ist, wenn der Mensch diese materielle Welt erfährt. Sobald der Mensch jedoch seinen Erkenntnishorizont über diese materielle Welt hinaus erweitern möchte, wird der Geist sein schlimmster Feind. Ist es verständlich, warum das so ist? Weil er nicht dafür bestimmt ist. Es ist das gleiche, wie wenn man mit einem Hammer ein Feld pflügen würde. Der Hammer ist nicht dafür bestimmt. Jede Tätigkeit erfordert den Einsatz eines für sie geschaffenen Instrumentes. Der Geist ist das Instrument für die Erkenntnis über diese materielle Welt. Die Wahrhaftigkeit beschränkt sich aber nicht auf diese materielle Welt. Wenn wir uns der Wahrhaftigkeit nähern möchten, so brauchen wir andere Sinnesorgane. In den russischen Volksmärchen gibt es eine Hauptfigur namens Ivan Durak. In der deutschen Sprache gibt es keinen Begriff mit einer vergleichbaren Ursprungsbedeutung. Deswegen wird das Wort Durak unübersetzt belassen. Heute wird in Russland das Wort Durak umgangssprachlich vergleichbar mit dem Wort Dummkopf benutzt. Die Ursprungsbedeutung des Wortes Durak hat jedoch nichts gemeinsam mit der Bedeutung des Wortes Dummkopf. Das Wort wurde im Laufe der Zeit zweckentfremdet. Wisst ihr, was das Wort Durak bedeutet? Die Wurzel Ura bedeutet Erleuchtung. Aus einem der Lexikone habe ich entnommen, dass Durak ein Mensch ist, der seinen Geist nicht benutzt. Er verfügt zwar über einen Geist, aber er benutzt diesen nicht. Das ist ein sehr primitives Instrument für die Erkenntnis dieser Welt. Deswegen ist auch in den russischen Märchen die Figur Ivan Durak in seiner Evolutionsentwicklung wesentlich weiter als seine klugen Brüder. In dem Märchen über Ivan Durak bekommt Ivan und seine Brüder unter anderem die Aufgabe gestellt, gehe dorthin, weiß nicht wohin, finde das, weiß nicht was. Die klugen Brüder von Ivan werden nicht fertig mit dieser Aufgabe. Ivan jedoch meistert diese Aufgabe, weil er auf einer ganz anderen Ebene denkt als seine Brüder. Daher auch der Spruch, dass man Russland mit dem Geiste nicht verstehen kann. Russland ist das Land der Duraks. Diesen Spruch habt ihr doch sicherlich schon mal gehört. Russland ist das Land der Erleuchteten. Ein Durak ist kein Dummkopf. Ein Durak ist in Wirklichkeit ein Erleuchteter. Vertieft euch in die Bedeutung der Wörter in der russischen Sprache. Dort ist alles selbsterklärend. Deshalb kann ein Mensch, der sich bei der Erkenntnis dieser Welt nur auf seine fünf Sinne beschränkt, niemals zur Wahrhaftigkeit gelangen. Ist es verständlich, was eigendünkel ist? Oder ist noch etwas unklar? Denn das ist eine sehr wichtige Sache. Wenn noch etwas unklar ist, dann hebt die Hand und stellt eure Fragen. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Thema von unserem Treffen heute. Haben alle verstanden, was eigendünkel ist? Also keine Fragen. Jetzt lasst uns klären, was Vernünftigkeit ist. Unsere Vorfahren haben gesagt, dass Vernünftigkeit sich auf drei grundlegende Säulen stützt bei der Erkenntnis der Wahrhaftigkeit. Die erste Säule ist die Meinung von einem kompetenten Menschen. Ihr stimmt doch mit mir überein, dass man für jede Frage einen fachkundigen, erfahrenen, kompetenten Menschen finden kann. Damit meine ich nicht irgendwelche Scharlatane oder Hochstapler. Nein, ich meine einen richtigen Fachmann. Es gibt sie doch auf jedem Fachgebiet und für jede Frage. Wenn wir beispielsweise lernen möchten zu malen, dann gehen wir in die Lehre bei einem guten Maler. Wenn wir lernen möchten Musik zu machen, dann gehen wir zu einem guten Musiker. Wenn wir lernen möchten, wie man Menschen operiert, dann gehen wir zu einem guten Chirurgen in die Lehre. Wenn wir lernen möchten Schuhe zu machen, dann gehen wir in die Lehre zu einem guten Schuhmacher. Und so weiter. Das ist der beste Weg, um etwas richtig zu lernen. Seid ihr damit einverstanden? Die Meinung eines kompetenten Fachmanns ist der beste Weg, um einen Teil der Erkenntnis über diese Welt zu gewinnen. So steht es auch in den Weden geschrieben. Deswegen ist die Meinung eines kompetenten Menschen die erste Säule. Wenn ihr also eine Frage klären wollt und beim Beantworten dieser Frage keinen Fehler machen wollt, so sucht euch dafür einen fachkundigen, kompetenten Menschen. Bei sehr wichtigen Fragen könnt ihr auch mehrere Meinungen einholen und sie miteinander vergleichen. Die zweite Säule der Erkenntnis der Wahrhaftigkeit ist die Erfahrung unserer Ahnen. Warum muss es unbedingt die Erfahrung unserer Ahnen sein und nicht die Erfahrung fremder Ahnen? Nun, in den Weden steht geschrieben, man kann es folgendermaßen vergleichen. Im Körper eines Menschen gibt es verschiedene Organe wie Herz, Leber, Lunge, Niere, Milz und so weiter, die alle ihre eigene Funktion ausüben. Jedes dieser Organe führt eine wichtige und lebensnotwendige Funktion im Organismus aus. Dabei kann man nicht sagen, dass ein Organ wichtiger als das andere ist. Es ist notwendig, dass sie alle funktionieren, damit der Körper gesund bleibt. Genau so verhält es sich mit unserem Universum. Unser Universum ist mit unzähligen Lebewesen bevölkert und jede dieser Lebewesenarten hat ihre eigene Bestimmung und ihre eigene Funktion. Mit den unterschiedlichen Rassen auf unserem Planeten verhält es sich genauso. Jede Rasse hat ihre Bestimmung und ihre Funktion. Um in das Universum eine bestimmte Art von Energie abzusondern, welche wiederum wichtig für das Leben unseres Universums ist. Wobei sie alle wichtig sind. Wenn wir nun anfangen, die Erfahrung fremder Ahnen zu nutzen, beispielsweise irgendwelcher Eingeborene aus dem Pazifikraum, wird uns das irgendwie einen Nutzen bringen? Das wäre das Gleiche, wie wenn das Herz sagen würde, ich werde jetzt die Erfahrung der Wirbelsäule nutzen. Wer wird dann davon profitieren? Die Wirbelsäule? Das Herz? Vielleicht der Körper? Wer also profitiert davon? In den Veden steht geschrieben, es ist wichtiger, seine eigene Pflicht zu erfüllen, wenn auch schlecht, als eine fremde Pflicht auf eine hervorragende Weise. Wenn also mein Herz anfängt, die Pflicht der Wirbelsäule zu erfüllen, wenn auch hervorragend, dann werde ich einfach verrecken. Der Körper wird das nicht aushalten. Wer wird dann die Funktion des Herzens ausüben? Ist es verständlich, warum es notwendig ist, die Erfahrung seiner eigenen Ahnen zu nutzen und nicht der Ahnen fremder Rassen und Völker? Es gibt Drüsen im Körper eines Menschen, die bestimmte Sekrete in den Körper einspeisen. Sie sondern genauso viele Hormone aus, wie der Körper es gerade braucht. Und genauso ist es mit den menschlichen Rassen. Sie sondern in das Universum genauso viele vollkommene Seelen aus, wie notwendig ist. So viele, wie für das Leben des Universums benötigt werden. Jetzt stellt euch vor, wir werden fremde Erfahrung nutzen. Welche Fermente werden wir dann ins Weltall aussondern? Die falschen natürlich. Ist es notwendig, weitere Beweise anzuführen, warum man die Erfahrung seiner eigenen Ahnen nutzen muss? Wir haben bereits darüber gesprochen, dass wenn wir die Erfahrung unserer Ahnen nicht nutzen werden, dann werden wir die gleichen Fehler begehen wie sie. Das ist doch allen verständlich. Das ist äußerst dumm, die Erfahrung seiner Ahnen nicht zu nutzen. Deswegen ist die zweite Säule bei der Erkenntnis der Wahrhaftigkeit die Erfahrung der eigenen Ahnen. Auf welche Weise ihr diese Erfahrung erlangen werdet, ist zweitrangig. Ihr könnt unmittelbar die Veden lesen oder ihr könnt alte Volksmärchen oder Sagen studieren. Vielleicht sind sogar einige von euch in der Lage, die Information direkt aus der Akasha-Chronik zu lesen. Dort ist alles in der ursprünglichen Form enthalten. Es ist unwichtig, auf welche Weise ihr das macht. Wichtig ist, dass ihr das macht. Habt ihr eine wichtige oder weltanschauliche Frage, dann könnt ihr nachsehen, was haben unsere Ahnen dazu gesagt. Wie soll man sich im gegebenen Fall verhalten? Das ist also die zweite Säule bei der Erkenntnis der Wahrhaftigkeit. Soweit verständlich. Die dritte Säule ist die eigene Erfahrung. Wie heißt es so schön? Solange ich es nicht selbst ausprobiere, werde ich nicht daran glauben. Wenn ihr also mit einer bestimmten Fragestellung konfrontiert werdet, dann müsst ihr die Erkenntnis aus dieser Frage über eure eigene Erfahrung erlangen. Andererseits wird eure Meinung lediglich auf blindem Glauben oder Nichtglauben beruhen. Und das bezeichnet man als Fanatismus. In so einem Fall wird es leicht sein, euch zu betrügen. Die Vernünftigkeit basiert also auf diesen drei Säulen, die die Erkenntnis über die Wahrhaftigkeit auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Wenn man aufgrund aller drei Säulen zu irgendeiner Frage sagen kann, dass die Antwort so ist, dann ist es so. Wenn alle drei Säulen sagen, dass die Antwort nicht so ist, dann ist sie eben nicht so. Wenn die Schlussfolgerung aufgrund wenigstens einer Säule den anderen Schlussfolgerungen widerspricht, dann sind Zweifel angebracht. Und dann muss man noch mehr hinterfragen. Vernünftigkeit bedeutet also, das Bringen von Antworten aus diesen drei Säulen auf einen gemeinsamen Nenner. In den Veden steht geschrieben, dass es unmöglich ist, den Menschen zu betrügen oder zu belügen, der Fragen bei der Erkenntnis der Wahrhaftigkeit gewissenhaft mit Hilfe dieser drei Säulen beantwortet. Ist es jetzt verständlich, was Vernünftigkeit ist? Zur Zeit durchlaufen wir alle genau die Lektion in unserem Leben. Ihr wisst doch, dass heutzutage in unserer Gesellschaft alles auf Lügen basiert. Wir werden von allen Seiten belogen. Die haben sogar uns beigebracht zu lügen. Wir lügen und sind uns dessen überhaupt nicht bewusst. Ihr trefft beispielsweise einen Bekannten auf der Straße und beide sagen sich, Hallo, was bin ich froh, dich zu sehen. Aber in Wirklichkeit denkt sich jeder, würde ich dich doch für tausend Jahre nicht mehr antreffen, nicht wahr? Wir lügen und sind uns dessen überhaupt nicht bewusst. Alles basiert auf Lügen. Wenn jemand das Christentum studiert hat, dann wisst ihr, was Christus sagte. Er sagte, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Deswegen wurde er gekreuzigt, weil er genau aufgezeigt hatte, von wem all die Lügen kamen. Ist das verständlich? Ihr stimmt doch mit mir überein, dass man unsere Gesellschaft mit Lügen manipuliert und lenkt. Lest, was die Dämonen in ihren Büchern schreiben. Wenn wir einmal lügen werden, dann wird man uns der Lüge bezichtigen. Wenn wir aber immer lügen werden, dann wird man uns glauben. Ihr kennt doch diesen Mechanismus. In dieser Zeit lernen wir die Lektion, wie man Lügen widerstehen kann. Und welche Waffe ist die beste gegen Lügen? Die Vernünftigkeit ist die beste Waffe gegen Lügen. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn auf einmal alle Menschen anfangen werden, Vernünftigkeit in ihrem Leben zu praktizieren? Man sagt, dass das Volk genau die Führung bekommen hat, die es verdient hat. Wenn die Menschen in einer Lüge leben wollen, dann werden sie von Lügnern regiert, nicht wahr? Wenn die Menschen aber anfangen werden, Vernünftigkeit zu praktizieren, was wird dann passieren? Alles wird sich umgehend ändern. Wenn ihr anfangt, Vernünftigkeit zu praktizieren, werdet ihr sofort begreifen, was dazu nötig ist, um eine gesunde Gesellschaftsordnung mit Selbstorganisation wiederherzustellen.